Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video und es geht Schlag auf Schlag, die Situation verschlimmert sich in unserem Land immer mehr, wenn ich jetzt hier einfach nur mal bei Google News suche, nach den Benzinpreisen suche, also Wahnsinn, was hier gerade passiert und jetzt guckt euch mal dieses Bild an, grüße hier raus, danke fürs Zusenden, ich habe super viele Bilder von euch bekommen, das hier ist an der Autobahn, klar, da ist es noch ein bisschen teurer, aber auch manche andere Tankstelle ist ja gar nicht so weit entfernt von, also guckt euch diese Preise einfach mal an, das ist schon selten, dass man noch eine Eins vorne sieht, in der Regel ist es häufiger hier bei einer Zwei, bei Instagram habe ich auch was dazu gepostet, Link ist unten, könnt ihr nochmal gerne gucken, es ist der absolute Wahnsinn, was hier passiert und nochmal, man muss es festhalten, wir haben insgesamt 75, sind genau 76, irgendwas, 75% Steuern auf Benzin, lassen wir das Benzin gerne 2 Euro kosten, 75% Steuern streichen wir, dann kostet der Liter 50 Cent. Ist okay, den bezahle ich, aber das, was hier passiert, geht wirklich in andere Dimensionen, das ist zu krass, hier jemand, der in einer Tankstelle arbeitet, hat mir auch was geschickt, also einfach der Wahnsinn, wie sollen wir denn das noch bezahlen und wie soll sich denn das Arbeiten zur Arbeit hinfahren überhaupt noch lohnen, schreibt es mal unten rein. Heute Morgen habe ich ein Video über dieses Thema gemacht, das ist mir so wichtig, da nochmal drüber zu sprechen, weil wiederum, wir haben nämlich hier noch ein weiteres Bild, danke und Gruß an den André geht raus, der hat mir das nämlich geschickt, weil es wirklich bei ihm im Laden auch war, Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, Abgabehöchstmenge maximal 4 Stück und es geht hier speziell Rapsöl, Sonnenblumenöl, ja das ist der Knaller und wenn man sich diesen Preis dann hier für Sonnenblumenöl anguckt, 1,79 Euro, also das ist der absolute Wahnsinn. Oder dann auch hier bei Watson, ausverkauft das Regal mit Preisen, achtet man nur auf die Preise hier, das kannst du dir nicht mehr ausdenken, das ist ja der Wahnsinn, was hier passiert, also absolut krass und es ist tatsächlich so, im Lebensmitteldiscounter Aldi wird mittlerweile hingegangen und die Abgabe ebenfalls limitiert, reduziert, rationiert, wie auch immer man das Ganze jetzt bezeichnen möchte, weil die Händler natürlich sagen, ja wir können jetzt nicht sagen, dass hier einer hinkommt und das abläuft wie vor zwei Jahren beim Toilettenpapier, dass einer kauft jetzt hier 10 Pakete und der andere kriegt nichts mehr, da versucht man natürlich jetzt ein bisschen so den Wind aus den Segeln zu nehmen und wieder mal bewahrheitet sich, wer in den letzten Jahren hier diesen Kanal gefolgt hat und natürlich auch andere Kanäle einfach gepreppt hat, sich vorbereitet hat auf die Situation, wo wir uns jetzt alle drin befinden und die wird noch schlimmer die Situation, davon gehe ich ganz klar aus, der ist nicht ganz so stark getroffen, natürlich ist man dann auch getroffen, aber vielleicht nicht ganz so stark und das sind alles Sachen, die waren absehbar. Ich hatte vor ein paar Tagen gerade drüben im Olli investiert Kanal ein Video gemacht, wer soll das bezahlen, heißt es hier, so viel kosten Tomaten und da ging es nämlich speziell darum, und da hat nämlich eine Dame hier, was ist das Bild noch da, da ist es noch zu sehen, Tomaten, 11 Euro, Leute, wer soll denn das bezahlen, das ist doch absolut unfassbar, Paprikas kosten bei uns auch ein Vermögen, die sind immer so ein Beispiel von mir, ihr könnt ja mal ein Produkt, was ihr gerne esst und gerne haben möchtet in die Kommentare schreiben oder teilweise gibt es ja auch Produkte, die gibt es seit Monaten nicht mehr, die bekommt man einfach nicht und wer das jetzt alles auf die aktuelle Situation mit der Ukraine schiebt, der hat einiges nicht mitbekommen, denn wir haben ja Lieferengpässe hier bei zahlreichen Produkten, sei es jetzt für irgendwelche Güter herzustellen oder eben auch Lebensmittel, schon über Monate hinweg mitbekommen, 22.10. war das hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, hier im November, hatte ich auch darüber berichtet, drohen uns leere Lebensmittelregale, da ging es noch nicht um Putin oder ähnliches, das war, ja, mal gucken, die Ketten sind generell schon gestört, das ist nochmal, ja, der Brandbeschleuniger, der gerade hier einfach passiert, Lieferengpässe bei Lebensmitteln, auch hier aus dem November letzten Jahres oder dann auch Experten Anfang dieses Jahres hier warnen, Lieferengpässe werden auch 2022 ein Problem und ganz ehrlich, ich möchte nicht in einem, in einer Gesellschaft überhaupt, auf einer Welt leben, wo wir nicht das, was wir gerne haben möchten, bekommen können, das ist doch, das kann ich mir gar nicht vorstellen, also, ja, vorstellen mittlerweile schon, weil ich es teilweise am eigenen Leib erlebe, ja, man bekommt das meiste noch, das muss man sagen, nur zu welchem Preis, diesen Preis kann und möchte ich auch nicht bezahlen, das ist es, und deswegen, dass die Leute, die dann natürlich wieder Gutgeld und Vermögen haben, die sagen sich, ja, gut, natürlich kosten die Martin jetzt 11 Euro, normal kosten die vielleicht 3 oder 4 Euro, je nach Saisonzeit, aber ich kann sie mir leisten, ich werde sie mir leisten, aber ich kann das nicht und ich möchte das auch nicht, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation, wie ich persönlich finde, schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Freunde, als nächstes haben wir gute Nachrichten, nein, ich habe euch verarscht, leider natürlich wieder mal nicht, verzeiht es mir an dieser Stelle, es geht um Robert Habeck und ich habe gerade, glaube ich, gestern noch im Video gefragt, wann denn Robert Habeck endlich mal rausrücken wird mit dieser Prüfung, ob die Atomkraftwerke, drei Stück an der Zahl, die zum Ende des Jahres um exakt 0 Uhr, 31.12., zack, Glockenschlag 0 Uhr, am 01.01. dann abgeschaltet werden, ob man diese Laufzeit nicht doch verlängern könnte. Und es geht noch nicht mal darum, dass man sagt, bis ins Nirvana, sondern bis 2035, damit unsere Energieversorgung deutlich besser aufgestellt ist. Gesichert, sage ich bewusst nicht, besser aufgestellt ist. Aber, so heißt es jetzt hier, höchste Sicherheitsbedenken. Habeck übergeht hochrangige Atomexperten, heißt das in der Welt, und hier geht es speziell darum, Robert Habeck hat sich wohl erkundigt, hat sich erkundigt und es wurde eine sogenannte Vorprüfung gemacht und jetzt müssen wir mal rauskriegen, wo wurde denn diese Vorprüfung gemacht, ob man hier eine Verlängerung macht, ja oder nein. Und Leute, das ist so irrational, das kannst du dir nicht ausdenken. Ein grüner Minister fragt einen anderen grünen Minister quasi, nämlich das Bundesumweltministerium, hat nämlich diese Vorprüfung hier gemacht und das Haus sei das zuständige Bundesministerium für nukleare Sicherheit und trage die Verantwortung für die Bundesatomaufsicht, so ein Sprecher von Umweltministerin Steffi Lembke, von den Grünen. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Also, es ist doch nur klar. Nehmen wir an, ich frage jetzt jemanden, wer ist der beste Fußballverein in Deutschland? Jetzt gehe ich ins Münchner Stadion, in die Südkurve und frage die Bayern, wer ist der beste Verein? Dann gehe ich und mache das gleiche im Dortmunder Südkurve. Ja, genau Leute. Ich bekomme immer das, was ich hören möchte. Ganz einfach. So, und die Befragung des RSK sei nicht erforderlich, Zitat, im Bundesumweltministerium ist genügend eigene fachliche Kompetenz vorhanden, um die sicherheitstechnischen Folgen einer Laufzeitverlängerung zu beurteilen. Und das RSK wiederum, das ist nämlich ganz interessant, das ist nämlich die Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Und dort wurde niemand befragt. Nein, die absoluten Experten für diesen Bereich werden nicht gefragt. Es wird alles hausintern entschieden und gemacht. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Und wie lächerlich ist es denn? Weil welche Frage wird denn da gestellt worden sein? Ja, wie sicher sind denn die Atomkraftwerke ab dem 1.1.0 Uhr? Die sind nicht sicher, sagt ihr. Okay, aber bis zum 31.12.23.59 und 59 Sekunden im Umkehrschluss sind sie sicher. Wem willst du denn diesen Schwachsinn noch logisch erklären, Leute? Es ist doch lächerlich. Und dann heißt es hier nämlich weiterhin, entgegen der Einschätzung des Ministers gibt es nach Auffassung des GRS bei einem Windweiterbetrieb der Reaktoren für das gesetzliche Abschaltdatum hinaus keine Sicherheitsbedenken. Denn es heißt ja auch offiziell hier so vom GRS, die sagen das, Zitat, Die Kernkraftwerke müssen nach dem Atomgesetz alle Sicherheitsanforderungen bis zur letzten Minute erfüllen. Sonst müssten von der Atomaufsicht entsprechende Maßnahmen oder die Stelllegung angehört werden, sagt der Herr Stoll hier, der da zuständig ist. Ich kann bedenken, das könnte einen Tag später plötzlich anders sein. Nicht nachvollziehen. Ja, Leute, da hat der Mann doch wirklich vollkommen recht. Man merkt doch einfach, dass hier eine komplette Ideologie hintersteckt und nicht auch nur im Ansatz, was gemacht wird. Meiner Meinung nach, Robert Habeck ist hingegangen, hat natürlich immensen Druck von der Presse bekommen und aus der Bevölkerung, Preise gehen hoch, wir müssen nochmal darüber nachdenken. Kann es nicht, weil er sich seine Fridays for Future Kids oder auch zahlreiche andere Wählerschichten nicht vergraulen möchte und geht deswegen jetzt hin und bringt dieses Alibi durch das Bundesumweltministerium, wo wiederum auch eine Grüne im Ministeramt sitzt, hin und nimmt das als Argumentation, sorry, ich habe es versucht. Die Prüfung hat ergeben, das geht leider nicht. Nein, aber dieses Jahr sind wir sicher nebenbei gesagt. Das kannst du ja doch nicht mehr ausdenken. Also Leute, wer lässt sich denn so über den Tisch ziehen? Das ist doch wirklich nur noch albern, oder? Herr Freunde, in diesem Sinne, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Runde joggen gehen, um den Kopf von diesem Schwachsinn freizubekommen, weil das sind ja wirklich ganz klare politische Entscheidungen, die noch mehr Nachteile gegen uns haben als sonst schon. Und nochmal, wo bleibt eine Steuersenkung? Auf Energiekosten. Wo bleibt eine Steuersenkung? Auf Spritpreise etc. Das wäre ein Ansatz, den man jetzt verfolgen sollte. Aber komischerweise, das ist noch ein letzter Gedanke, von der FDP hört man irgendwie in den letzten Tagen gar nichts mehr. Irgendwie untergetan. Und das ist echt schade drin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.